Hallo, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Geld und Bank. Es ist mittlerweile für jeden eine Selbstverständlichkeit geworden, dass wir Banknoten und Münzen, welche einen aufgedruckten Wert haben, als Zahlungsmittel verwenden. Es ist einfacher, als es in den Anfangszeiten war, als man Fell gegen Huhn, Kohlkopf gegen Maiskolben oder Besen gegen Brotschieber getauscht hat. Diese Art der Bezahlung bietet demnach viele Vorteile und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir diesen Vorteil nicht mehr missen wollen. Mit anderen Worten, dass wir mit Geld und nicht mit Waren bezahlen, ist eine gute Sache, die beibehalten gehört. Als alles begann, hatte das Geld, welches wir zum Zahlen verwenden, noch einen Gegenwert. Das Geld bzw. die Geldmenge war am Gold und dessen Wert gekoppelt. Hier kommen wir in einen Bereich, wo die Politik intervenieren müsste und den Gegenwert der bestehenden Geldmenge wieder koppeln müsste. Die Situation, dass einfach endlos Geld gedruckt wird, ist für unsere Wirtschaft auf Dauer eher nachteilig. Viele Bürger glauben, dass sie ihr Geld der Bank geben und die Bank dieses ihr anvertraute Geld weiterverleiht als Darlehen. Tatsächlich schöpft die Bank mit jedem Darlehen neues Geld. Um 10.000 Euro als Darlehen verleihen zu können, muss die Bank lediglich 1.000 Euro in ihrem Besitz haben. Der Rest wird einfach mit einem Tastendruck erzeugt. Nur als Computerdatei, nicht mal als reales Geld. So kommen wir schon zu dem, was viele unterschätzen. Zahl ich bei meinen Einkäufen bar, sprich mit Banknoten und Münzen, oder zahle ich mit einer Karte, um einen Kontostand zu belasten? Der Kontostand ist kein Geld, welches wir besitzen, sondern nur ein Versprechen der Bank, dass ich diese Menge verfügen darf. Dieses auf dem Konto liegende Geld, auch Giraldgeld genannt, ist nur und einzig im Besitz der Bank und kann mit einem Knopfdruck einfach genommen und eingefroren werden. Ein Video zum Thema Bargeld findest du oben unter dem i. Mit anderen Worten, da die Bank Geld aus dem Nichts schafft und alles, was auf dem Konto als Geld ausgewiesen ist, nur ein Verfügungsversprechen, aber kein Besitz definiert, ist der Kontostand in letzter Konsequenz nichts wert. Dieser auf dem Kontoauszug angegebene Betrag ist kein real existierendes Geld. Was nicht existiert, kann in schlechten Zeiten einfach auf Null gesetzt und uns genommen werden. Die Banken und bedauerlicherweise auch der Staat versuchen aller Unvernunft entgegen, die bargeldlose Zahlung zu priorisieren und sogar das Bargeld zu kriminalisieren. In letzter Konsequenz sogar Banknoten und Münzen abzuschaffen. Der Staat, um den gläsernen Bürger in jedem Bereich seines Lebens zu überwachen, mit dem Vorwand, man wolle Steuerhinterziehung und Geldwäsche bekämpfen. Aber Bargeld ist geprägte Freiheit und die Abschäffung nimmt uns unsere Freiheit. Die Banken wollen dieses, um Minuszinsen einführen zu können. Wenn man Minuszinsen auf sein Guthaben zahlen müsste, würde jeder natürlich sein Geld bar abheben und lieber zu Hause lagern. Das führt mich zum nächsten Punkt, den ich als sehr wichtig erachte. Banken verleihen Geld und verdienen durch das Erheben von Zinsen. Auch und in erster Linie Geld, welches die Bank gar nicht in ihrem Besitz hat. Die Banken müssen nur 10% des Geldes, welches sie als Darlehen verleihen, tatsächlich besitzen. Um also entsprechend viel Geld gegen Zinsen verleihen zu können, muss natürlich entsprechend viel Geld, hier wird das Girageld hinzugerechnet, vorhanden sein. In dem Sinne, auch weil Zinsen eines Darlehens höher sind als Zinsen, die wir auf Sparbüchern usw. bekommen, bleibt zu hinterfragen, wieso es noch Kontoführungsgebühren gibt. Wenn ich mein Geld der Bank anvertraue, gebe ich der Bank ein Darlehen. Schließlich will ich, wie auch die Bank, dieses verdiene Geld irgendwann zurückbekommen. Wieso muss ein Kontoinhaber, spricht ein Darlehengeber der Bank, dafür bezahlen, dass er sein Geld an die Bank verleiht? Normalerweise müsste auch die Bank für dieses Darlehen Zinsen an den Kontoinhaber zahlen, anstelle Gebühren zu erheben. Schließlich arbeitet die Bank mit dem Geld, welches ihr anvertraut wird. Ohne das Geld, welches auf dem Konto liegt, hat die Bank nicht den Grundstock, um selber Darlehen vergeben zu dürfen. Ich bin der Ansicht, dass unser Geld wieder einen realen Gegenwert, z.B. Gold, benötigt und die Zinsen in angemessener Höhe in beide Richtungen gezahlt werden sollten. Kontoführungsgebühren gehören gänzlich abgeschafft und Bargeld muss unbegrenzt als Zahlungsmittel erhalten bleiben. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.